Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu unserem heutigen Live-Webinar, veranstaltet von der Wirtschaftskammer Österreich, zum Thema Steuern sparen, teure Fehler vermeiden. Wir haben uns wieder eine Stunde Zeit genommen und natürlich gibt es wieder die Möglichkeit für Sie Fragen an uns, an unseren Experten hier im Studio zu stellen. Das können Sie gerne machen. Geben Sie die Fragen einfach schon während unseres Gespräches in das Chatfenster ein und ich werde versuchen, dann möglichst viele an unseren Experten hier im Studio weiterzugeben. Bevor wir beginnen, möchte ich das Wort allerdings an unsere Vizepräsidentin der Wirtschaftskammer Österreich weiterleiten, übergeben. Herzlich willkommen, Frau Carmen Gobi. Hallo und herzlich willkommen zum letzten Webinar des heurigen Jahres Steuern sparen und teure Fehler vermeiden. Mein Name ist Carmen Gobi, ich bin Vizepräsidentin der Wirtschaftskammer Österreich. Ja, erfreulich ist nicht nur, dass sich das Jahr jetzt dem Endspurt annähert. Das war doch ein intensives Jahr, für uns ein sehr forderndes Jahr. Gerade in den kleinen Betriebsstrukturen extreme Herausforderungen zu leisten und wir sehen es alle, wir sind noch nicht ganz durch mit diesem Thema. Dranbleiben, weitermachen und ich bin überzeugt davon, dass ihr alle gestärkt aus dieser Krise herausgeht. Wir sehen das an den Zahlen, wir kriegen das aus euren Rückmeldungen mit und jetzt geht es noch steuerlich zu optimieren. Was auch erfreulich ist, dass wir als Wirtschaftskammer, als Interessensvertretung mit der Steuerreform entscheidende Punkte durchsetzen konnten. Das ist einmal die Anhebung für die Grenze der geringfügigen Wirtschaftsgüter von 4 auf 800, dann auf 1000 Euro, die Senkung der Einkommensteuerbeträge und auch den Gewinnfreibetrag zu erhöhen. Das sind natürlich essentielle Dinge, die schon längst überfällig waren, die jetzt annähernd auf einem praxistauglichen Niveau sind. Aber es gibt noch viel zu tun und wir werden weiterhin kämpfen, weiter dranbleiben, damit hier auch weitere Punkte den Wirtschaftsstandort stärken und euch natürlich entlasten. Aber für jetzt wünsche ich euch ein tolles Webinar, viele praxisnahe und auch sparende Tipps, dass ihr wirklich was für euch im Betrieb behalten könnt, mit dem ihr wieder investieren könnt, mit dem die nächsten Schritte möglich sind. Ein gutes Ausklingen des heurigen Jahres, noch ein, zwei gute große Projekte, die schöne Umsätze bringen und dann wünsche ich aber vor allem frohe Weihnachten, eine ruhige Weihnachtszeit, eine besinnliche Zeit mit euren Lieben und ein frohes neues Jahr 2022. Danke. Vielen Dank, Frau Gobi. Und die Folien übrigens bekommen Sie natürlich wieder zum Download bereitgestellt. Damit möchte ich zum heutigen Experten hier im Studio kommen. Er wird uns einige Tipps geben, vielleicht auch so eine Checkliste, was es zu beachten gibt, um eben nicht unnötig Steuern zu verschenken. Herzlich willkommen, Herr Magister Jürgen Sikorer, Unternehmensberater und Steuerberater. Schön, dass Sie da sind. Jetzt ist ja die Jahrge zu Ende, also das laufende Jahr und es gibt ja dann wahrscheinlich für die vielen Selbstständigen auch immer die Frage, okay, wie schaut denn so mein Jahr grundsätzlich einmal aus, also Bilanz zu ziehen. Auf der einen Seite gibt es den Schock, oh mein Gott, ich habe zu wenig Umsatz gemacht mitunter, dann wäre es gut vorauszuschauen, dass man eben nicht zu viel Steuern vorauszahlen muss im nächsten Jahr, also die Steuerlast nicht zu hoch ist. Auf der anderen Seite, der zweite Schock könnte sein, oh mein Gott, es lief besser als erwartet. Wie kann ich denn hier vermeiden, unnötig Steuern zu zahlen, die ich gar nicht zahlen müsste? Ja, also Sie haben es eigentlich eh schon angesprochen, die Prognose ist natürlich was ganz Wichtiges. Wir rechnen jetzt in den Kanzleien auch sehr stark gerade das Jahr hochschauen, was kann ich noch optimieren. Das Wichtigste ist, dass man sich halt rechtzeitig informiert, dass man sich Gedanken darüber macht, wo geht die Reise hin, weil nach dem 31.12. ist es leider für Steueroptimierungen bekanntlich zu spät. Welche Tipps Sie da mitgebracht haben, auch dass man wirklich gewisse Dinge nicht vergessen sollte, das werden wir heute in dieser circa halben Stunde mit unserem Gespräch hoffentlich abklären können. Für Fragen stehen Sie natürlich auch sehr gerne zur Verfügung. Jetzt in Ihrer Praxis, was ist denn so das, was Ihnen am häufigsten auffällt? Welche Fehler machen denn Selbstständige? Also vieles passiert wirklich aus nicht wissen, nicht rechtzeitig informiert. Man startet mal einfach, hat eh sehr viel zu tun, muss viel organisieren und denkt sich, ich mache halt Step by Step meine Optimierungen im Betrieb und lässt das Steuerrechtliche dann halt leider oft links liegen. Das kann dann in manchen Fällen gut gehen, in vielen Fällen geht es dann aber auch leider schief. Was werden wir denn heute in dieser halben Stunde uns so jetzt im Detail anschauen, also einen kleinen Überblick, vielleicht, dass wir schon einmal eine kleine Vorschau geben können? Ja, also da kann ich gleich auch meine erste Folie wechseln. Wir schauen uns heute an, typische Fehler in der Einkommensteuer, in der Umsatzsteuer, bei der Sozialversicherung und dann machen wir eine kleine Unterbrechung für die Fragen und dann gibt es am Schluss auch noch einen kleinen Ausblick in die Zukunft. Was bringt die Steuere von 2022? Jetzt möchten wir Sie gerne auch vor den Bildschirmen einbinden, weil es ist für Sie natürlich auch wichtig, welche Rechtsformen mitunter jetzt unsere Zuseherinnen und Zuseher haben, weil es ja natürlich da auch verschiedene Bestimmungen gibt. Deshalb gerne jetzt auch schon die Tastatur bereithalten. Wir wollen nämlich hier im Studio eine Frage stellen, eine Publikumsfrage. Das ist natürlich ganz wichtig, welche Unterschiede gibt es denn in den verschiedenen Rechtsformen grundsätzlich. Also die Frage wäre, welche Rechtsform hat die Unternehmen? Ganz einfach, Möglichkeiten Ein-Personen-Unternehmen, Einzelunternehmen mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern OG, KG oder GmbH. Also einfach einmal für uns jetzt hier im Studio, dass der Herr Mag. Sigura natürlich auch ein Gefühl bekommt, wer sieht denn zu, dass wir vielleicht auf diese Fragen ein bisschen mehr eingehen können. Genau, weil das ist immer die Schwierigkeit dann überhaupt herauszufinden, was ist denn überhaupt beim Zielpublikum dann gewünscht. Genau. Welche ist die schwierigste Gruppe zu beantworten? Also was ist differenzierter? Naja, also die Personengesellschaften OG, KG, die haben schon eine gewisse steuerliche Komplexität. Wenn man es dann kombiniert, GmbH und Co. KG, da wird es dann richtig spannend für den Steuerrechtler. Okay. Na schauen wir mal, wir haben ein Ergebnis hier und zwar haben wir doch 73% EPUs hier. Sehr verwunderlich. Einzelunternehmen mit Mitarbeiterinnen doch 14% und GmbH auch 10%. OG und KG 2% unserer Zuseherinnen und Zuseher. Also ich glaube, da haben Sie jetzt schon ein ganz gutes Gefühl, auf was wir detaillierter eingehen könnten in diesem Fall. Wunderbar. Das heißt, gehen wir gleich direkt ins Thema. Also, der erste Fehler, den ich oft sehe, sind keine oder zu gering vorausgezahlte Sozialversicherungsbeiträge. Gerade der Einnahmenausgabe am Rechner sollte darauf achten, dass er sich wirklich Gedanken gemacht hat, bin ich bei der Sozialversicherung richtig eingestuft. Weil wir haben hier ein System, das auf Vorauszahlungen basiert, aber auch auf Nachzahlungen. Und der Einnahmenausgabenrechner kann ja nur das steuerlich geltend machen, was auch tatsächlich gezahlt hat. Wenn ich jetzt schon weiß, dass ich eine Nachzahlung haben werde, sollte ich am Jahresende mir das ansehen, sollte das voraussetzen und auch noch rechtzeitig an die SVS überweisen, dann kann ich das als Betriebsausgabe geltend machen. Wenn ich das nicht tue, dann kann es zu Problemen führen. Vor allem ganz schlimm ist, wenn ich die vorgeschriebenen Sozialversicherungsbeiträge nicht zahle, dann haben wir nämlich eine Berechnungsproblematik bei der SVS, da werden die vorgeschriebenen Sozialversicherungsbeiträge dann noch einmal der Sozialversicherung unterworfen. Und darauf sollte man auf jeden Fall achten, dass man hier keine Fehler macht, weil dann zahlt man doppelt. Das ist schade. Übrigens, den Link, den Sie hier sehen, den haben wir auch im Chatfenster noch einmal extra hineingegeben. So können Sie direkt anklicken, kommen Sie dann auf diese Informationsseiten, die Sie uns dankenderweise mitgebracht haben und schon rausgesucht haben. Genau, also da kommt man auf die Wirtschaftskammer und auch, glaube ich, auf das Unternehmerservice-Portal. Zwei sehr gute Plattformen, wenn Sie Informationen benötigen. Wunderbar. Ende des Jahres ist ja eben auch immer das Thema, wie viel Gewinn werde ich ungefähr machen. Gewinnfreibeträge, ein Riesenthema. Wie gehe ich denn damit um, beziehungsweise was ist denn das überhaupt? Ja, der Gewinnfreibetrag, das ist eine steuerliche Begünstigung, die ich nutzen kann. Die gute Nachricht ist, bis 30.000 Euro Gewinn brauche ich nichts tun. Ich kann mich eigentlich gemütlich zurücklehnen und bekomme 13 Prozent von meinem Gewinn steuerfrei als Ausgabe. Das heißt, es mindert meinen Gewinn. Ich zahle weniger Steuern. 30.000 Euro, 13 Prozent sind 3.900 Euro. Ich sage gleich dazu, das ist etwas für natürliche Personen, das ist etwas für Kommanditgesellschaften und OKs, das ist nichts für GmbHs. Wenn ich aber einen Gewinn über 30.000 Euro haben sollte, dann ist jetzt der Zeitpunkt, auch darüber nachzudenken, weil wenn ich zusätzlich in mein Unternehmen investiere, dann kann ich 13 Prozent zusätzlich steuerfrei generieren, nämlich für das, was über 30.000 Euro Gewinn sein ist. Und da gibt es gewisse Produkte, die man kaufen kann. Das sind vor allem Wertpapiere, die nach §14 ESDG, nennt sich das halt, begünstigt sind. Da fallen sehr viele verschiedene Produkte darunter. Und ich kann aber auch in ganz normales, körperliches, abschreibbares Anlagevermögen investieren. Da muss es halt dann auf vier Jahre abgeschrieben werden. Was leider nicht geht, sind gebrauchte Wirtschaftsgüter. Und auch das leihesgeliebte Kfz geht nur in Ausnahmefällen, nämlich nur dann, wenn es vorsteuerabzugsberechtigt ist, leider auch keine Elektroautos begünstigt, obwohl die vorsteuerabzugsberechtigt sind. Auf das kommen wir dann auch noch ein bisschen später zu sprechen, welche Möglichkeiten, dass es hier gibt, eben Elektroauto-Geschichte. Jetzt ist die Frage, Sie haben gesagt, es ist nicht alles für Gewinnfreibetrag geeignet. Was ist denn das so jetzt grob, wo man sagen kann, okay, in das kann ich investieren? Ja, also man sollte einfach darauf achten, dass alles, was wirklich Anlagevermögen ist, abnutzbar ist, funktioniert im Normalfall. Also das heißt, wenn ich einen Laptop kaufe, einen Server, hier muss ich nur darauf achten, dass ich nicht zu schnell abschreibe. Also das heißt, ich muss wirklich schauen, dass das vier Jahre sind. Es gibt halt dann in gewissen Bereichen Probleme, wo man es halt nicht nutzen kann für den Gewinnfreibetrag. Das wäre dann, wenn ich zum Beispiel Bundesschatzanleihen, die früher gegangen sind, steuerlich gehen jetzt nicht mehr. Ich glaube, dass sie nächstes Jahr vielleicht wiederkommen werden. Aber das ist einfach eine lange Liste, die man durchgehen kann und ist ein schöner Verweis auch auf der Wirtschaftskommenseite dazu. Wunderbar, vielen Dank. Nächste Geschichte, eben Jahresende, 30.000 Euro, haben wir schon gesagt, der Kleinunternehmergrenze. Was ist denn, wenn ich das jetzt überschreite und das jetzt noch nicht absehe, war zu Beginn des Jahres, wie gehe ich denn damit um? Das ist nicht gut. Also das ist definitiv ein Problem. Auf der einen Seite gut, weil es natürlich heißt, dass man guten Umsatz gemacht hat im Jahr. Auf der anderen Seite hat das ja auch Konsequenzen. Ja. Also worum geht es? Kleinunternehmer bedeutet, ich erziele Umsätze in Österreich und diese Umsätze sind unter 35.000 Euro im Jahr. Diese 35.000 Euro Grenze bedeutet, ich muss Umsatzsteuer nicht in Rechnung stellen. Darf mir aber auf der anderen Seite auch keine Vorsteuern vom Finanzamt zurückholen. Ich könnte dazu optieren, dass ich sage, ich möchte aber mit Umsatzsteuer arbeiten, aber Kraftgesetz bin ich einmal befreit. Und das Problem ist jetzt, wenn ich diese Grenze überschreite und nicht aufpasse, dass ich dann rückwirkend zum 1.1. umsatzsteuerpflichtig werde. Und das bedeutet wiederum, ich darf von all meinen Rechnungen, die ich jetzt gelegt habe, noch einmal die Umsatzsteuer ans Finanzamt abführen. Und dann ist die spannende Frage, kriege ich diese Umsatzsteuer von meinen Kunden wieder retour? Wenn jetzt meine Kunden private sind, dann kann ich das vergessen, weil die werden sagen, bekomme ich jetzt dazu. Bei Unternehmen habe ich vielleicht Glück, die sagen, ja, okay, ich akzeptiere eine Rechnungskorrektur, aber oftmals ist es ja auch leider so, dass man seine Kunden gar nicht kennt und dann auch gar nicht weiß, wen sollte ich denn überhaupt kontaktieren. Also bitte da großes Augenmerk darauf werfen, dass man rechtzeitig erkennt, okay, jetzt ist Schluss, mehr kann ich einfach heuer nicht kassieren. Eine Anmerkung noch dazu, einmal in fünf Jahren darf ich diese Grenze um 15% überschreiten, das ist okay. Und es handelt sich hier auch um eine Nettogrenze, das heißt, ein Kleinunternehmer darf eigentlich 42.000 Euro einnehmen und darf dann fiktiv die 20% Umsatzsteuer herausrechnen, dann sind die 35.000 nämlich wieder erfüllt. Was ist, wenn ich jetzt zum Beispiel in diesen fünf Jahren einmal über diese Grenze drüber komme, wie muss ich dann einen Antrag stellen oder wie gehe ich damit um? Gott sei Dank muss man keinen Antrag stellen, also das wird von Amts wegen festgestellt. Die Finanzverwaltung sieht das über die Jahresumsatzsteuererklärung, wie hoch der Umsatz war. Ja, also da ist dann nichts zu tun und man kann sich da eigentlich auch darauf verlassen, dass das vom Amt durchgeführt wird. Okay, also wenn ich das das erste Mal habe, dass ich wirklich über die Grenze komme, unerwarteterweise, dann ist es jetzt noch nicht so dringend, da irgendwie zu handeln. Ja, also ich verrate auch oft nicht, dass die 35.000 eigentlich 42.000 Euro sind, damit wir einfach 7.000 Euro Buffer haben, aber ja, es ist gut, dass man sich da Gedanken drüber macht. Was auch viel passieren kann, nächstes Thema, Dankeschön jetzt mal für diesen Input auch, dass man das wirklich im Auge behält. Ganz viele Probleme entstehen mitunter auch, dass man die Rechnungslegung nicht so wirklich im Griff hat. Das heißt, was muss ich denn da einhalten, wenn wir zu dem Thema kommen, Rechnungsmerkmale? Wann ist denn eine Rechnung gültig und wann, sagt die Finanz, das können wir nicht so akzeptieren? Ja, also leider leben wir in Österreich, aber nicht nur in Österreich, in der gesamten Europäischen Union. Nun, was den Vorsteuerabzug anbelangt, also das Geld, das ich mir aus einer Rechnung vom Finanzamt zurückholen kann, in einer sehr reglementierten Welt. Das heißt, wir haben hier Formalkriterien, die eine Rechnung zu erfüllen hat, damit auch der Vorsteuerabzug gewährleistet ist. Das hat Gott sei Dank der Europäische Gerichtshof schon gesagt, naja, ganz so streng darf man das nicht sehen, aber das heißt nicht, dass hier ein Wildwuchs bei den Rechnungen entstehen soll. Was ich sehr oft sehe, ist zum Beispiel, eine Rechnung sollte ein Rechnungsdatum haben und eine Rechnung sollte aber auch ein Liefer- oder Leistungsdatum haben. Eine Lieferung kann immer nur ein Tag sein, weil eine Ware wird übergeben und an dem Tag hat die Übergabe stattgefunden. Bei einer Leistung, also einer Dienstleistung, kann das natürlich auch ein längerer Zeitraum sein. Das wird oft vergessen. Was auch oft vergessen wird, ist, dass ich meine Artikel, die ich verkaufe, konkret zu bezeichnen habe. Das heißt, dass ich das auch ausschreibe, Mengen gerüst und Preis gerüst habe. Dass ich die Nettobeträge anführe von den einzelnen Positionen, dann die Gesamtsumme ziehe, die Umsatzsteuer darauf vermerke. Und was ich auch immer wieder erlebe, ist, dass die Unternehmen darauf vergessen, wenn sie bei großen Online-Händlern bestellen, ihre eigene UID nochmal bekannt zu geben. Das ist nämlich dann besonders problematisch, weil dann erkennt ja der Lieferant nicht, dass sie ein Unternehmer sind, liefert daher nicht steuerfrei an sie, sondern er liefert mit einer österreichischen oder deutschen Umsatzsteuer zum Beispiel. Und die führt dann eigentlich gar nicht zum Vorsteuerabzug. Also das ist ein absolutes No-Go, im Online-Handel die UID-Nummer nicht bekannt zu geben für das Unternehmen. Und das zweite No-Go vielleicht an dieser Stelle noch ist, bitte nicht die UID-Nummer für private Einkäufe verwenden. Weil das sehe ich auch immer wieder. Da denken sich dann die Leute, klasse, ich kaufe um 20% billiger ein. Ja, das ist aber dafür nicht gedacht und das wäre dann Missbrauch. Okay, gut, also schon mal ein wichtiger Hinweis, gerade mit der UID-Nummer, gerade wo jetzt im Moment viel über Online abgewickelt wird. Wenn ich jetzt die Belege, meine Belege habe, meine Honorarnoten, da sollte ich die ja auch von Null bis wo auch immer hin nummerieren. Warum ist das so wichtig und was könnte passieren, wenn ich das nicht tue? Hier muss man darauf achten, das ist wahrscheinlich das Allerwichtigste, was man zu beachten hat, dass man wirklich fortlaufend eine Rechnungsnummer vergibt. Und eine fortlaufende Rechnungsnummer ist halt ein aufbauendes System. Ich muss jetzt nicht jedes Jahr mit 1 beginnen, ich kann da auch eine Fantasiezahl nehmen, ich kann mit 2000 anfangen und baue dann aber immer 1 auf. Ich kann auch verschiedene Rechnungskreise eröffnen, also ich kann einen haben für meine Rechnungskunden mit A und für die die paar zahlen B. Aber es muss fortlaufend sein, weil die Finanz möchte halt aufgrund der fortlaufenden Rechnungsnummer kontrollieren, ob das Rechnungswesen vollständig ist. Und wenn das Rechnungswesen vollständig ist, dann gibt er einmal der Grundsatz, dass das auch so zu akzeptieren ist, die Buchhaltung, wie sie aufgestellt wurde. Wenn ich jetzt hier Mängel habe, dann kann das Finanzamt, wenn dann noch mehr dazukommt, sagen, naja, jetzt bin ich schätzungsberechtigt. Und das Problem an einer Schätzung ist halt, dass man hier mit Ungewissheiten arbeitet. Und Ungewissheiten bedeutet, es gibt auch Sicherheitszuschläge. Das soll jetzt keine Strafe sein, sondern es soll halt dann einfach nur plausibilisieren, dass diese Schätzung auch zu einem richtigen Ergebnis führt. Und das kann dann teuer werden, nur weil ich vergessen habe, meine Rechnungen nicht zu nummerieren. Und daher hier bitte großes Augenmerk darauf legen, weil ansonsten am Ende des Tages hier viel Geld liegen bleiben kann. Es geht ja darum, als Unternehmer natürlich Steuern zu sparen auf der einen Seite, also nicht zu viel zu zahlen, was nicht notwendig wäre. Also es ist ja gut, dass wir Steuern zahlen, weil das hat ja auch einen Hintergrund und einen Sinn. Aber welche Möglichkeiten gibt es? Und da kommen Sie als Steuerberater wahrscheinlich erst recht ins Spiel mit den Abschreibungen, degressive Abschreibungen jetzt zum Beispiel, auch ein Schlagwort. Wie kann ich denn als Unternehmer oder als EPU zum Beispiel damit umgehen, beziehungsweise wann brauche ich Sie? Und was ist denn das überhaupt? Ja, also da kommen wir jetzt zu den echten Steuerspartipps. Am Anfang war jetzt ein bisschen nur so aufpassen, aufpassen, aufpassen. Jetzt tun wir auch wirklich Geld sparen. Hier vielleicht der erste Tipp seit der Veranlagung 2020 gibt es für neue Investitionen auch eine schnellere Abschreibungsmöglichkeit. Was bedeutet Abschreibung? Sie kaufen einen Vermögensgegenstand, der nutzt den Unternehmen mehr als ein Jahr und der kostet mehr als 800 Euro netto. Wenn ich Kleinunternehmer bin, dann 800 Euro brutto. Und ich darf jetzt steuerlich nicht die, ich nehme ein Beispiel, der kostet 900 Euro der Laptop, ich darf den jetzt nicht in meiner Einnahmenausgabenrechnung sofort mit 900 Euro Gewinnminat ansetzen. Den muss ich auf mehrere Jahre verteilen. Und das machen wir in Österreich linear. Das heißt, im ersten Jahr, also wir räumen auf drei Jahre ab, damit wir leicht rechnen können, im ersten Jahr 300 Euro, im zweiten Jahr 300 Euro, im dritten Jahr 300 Euro, obwohl ich im ersten Jahr 900 Euro gezahlt habe. Und jetzt die degressive Abschreibung macht was anderes, die sagt, nein, wir dürfen hier sehr aggressiv abschreiben, wir dürfen 30 Prozent im ersten Jahr abschreiben, wobei dafür mein Beispiel gerade fällt mir auf, er hat absurd. Wir müssten das mit einer längeren Zeitraum machen, vielleicht so wie es auf der Folie ist. Wir sehen da eine lineare Abschreibung auf zehn Jahre, also jedes Jahr 10.000 Euro und jetzt nutzt der gleiche Unternehmer aber die degressive Abschreibung, dann hätte er im ersten Jahr nicht 10.000, sondern 30.000 Euro Abschreibung, im zweiten Jahr 21.000 Euro Abschreibung, dann im dritten Jahr 14.700 und so geht es halt weiter. Also immer vom Restbuchwert nimmt man die 30 Prozent, bis halt nichts mehr da ist, dann ist der Gegenstand komplett abgeschrieben. Man kann dadurch nicht wirklich auf die gesamte Nutzungsdauer steuern sparen, aber man kann natürlich Ausgaben vorziehen. Ich kann jetzt meinen Gewinn mindern und habe dann halt später die reingere Abschreibungen. Wer bestimmt die Laufzeit dieser Abschreibungen? Gibt es da auch irgendwelche Vorschriften, Regeln, an die man sich halten muss? Also es gibt gesetzliche Vorschriften, die sind aber sehr eingeschränkt. Also wir haben das beim Pkw, der ist auf acht Jahre abzuschreiben, wir haben das bei einem Firmenwert, bei Wirtschaftskamilien sind es 15 Jahre, die abzuschreiben sind, wir haben das bei Gebäuden zur betrieblichen Nutzung auf 40 Jahre, wir haben es bei Wohngebäuden mit 67 Jahren, die die Abschreibungsdauer dauert. Ansonsten bestimmt das eigentlich der Geschäftsführer. Nur sollte er halt auch darauf achten, wenn er sich auf eine Abschreibungsdauer festlegt, dass er die beibehält, dass es kontinuierlich so ist. Also wenn ich sage, ich schreibe meine PCs auf vier Jahre ab, dann ist das halt so. Und da kann ich in einem Jahr sagen, ich schreibe den jetzt auf drei Jahre ab und im nächsten Jahr auf vier Jahre, sondern das lege ich einmal fest und das ziehe ich dann über die gesamte Nutzungsdauer oder über die Lebensdauer meines Unternehmens eigentlich weiter. Sie haben es vorhin auch schon angesprochen, Fahrzeug, Elektrofahrzeuge, da kann man ja auch was von der Steuer quasi sich zurückholen bzw. Steuern sparen. Wie schaut denn das aus? Ja, also das Elektrofahrzeug ist wirklich ein Lieblingsprojekt, könnte man sagen, der österreichischen Finanzverwaltung oder der Regierung gewesen, weil es einfach sehr stark gefördert ist. Wenn wir uns das anschauen, dann haben wir mal als erstes Goodie, dass wir einen Vorsteuerabzug generieren können. Normalerweise können Sie bei einem normalen Pkw sich keine Vorsteuern einfach so vom Finanzamt zurückholen. Beim Elektrofahrzeug geht das schon. Bis maximal 40.000 Euro brutto können Sie sich den vollen Vorsteuerabzug holen. Dann zwischen 40.000 und 80.000 Euro wird eingeschliffen. Das heißt, da funktioniert es noch nicht mehr so gut, aber ich kriege trotzdem noch anteilig meinen Vorsteuerabzug. Ach, ab 80.000 Euro leider kein Vorsteuerabzug möglich. Das heißt, man hat hier einfach mit berücksichtigt, dass es halt Luxusfahrzeuge gibt, die man dann steuerlich nicht fördern möchte. Ein weiteres Tolles-Gude ist die E-Mobilitätsförderung mit bis zu 4.000 Euro, bei einem Bruttolistenpreis unter 60.000 Euro. Die vorhin auf der Folie erwähnte degressive Abschreibung geht übrigens auch beim Elektrofahrzeug. Sie haben beim Elektrofahrzeug auch keine Normverbrauchsabgabe. Das ist diese Importabgabe, wenn man ein Fahrzeug das erste Mal nach Österreich holt und zum Verkehr zulässt. Das kann recht teuer werden, weil aber Elektrofahrzeuge keinen CO2-Ausstoß haben, ist auch keine Nova drauf. Bei Plug-in-Hybrid und Co. hätten wir trotzdem eine Nova drauf, aber eine sehr niedrige. Also von all dem, was ich hier sage, geht es immer um Fahrzeuge ohne CO2-Ausstoß. Ganz toll, und da bitte auch diejenigen, die eine GmbH haben, gut zuhören. Ich muss keinen Sachbezug für meine Mitarbeiter und für meine GmbH-Geschäftsführer ansetzen. Normalerweise, wenn ich ein Fahrzeug in meiner GmbH habe oder in einem anderen Unternehmen und einem Mitarbeiter zur Verfügung stelle, dann ist dieser private Nutzen, den ich aus der ganzen Sache habe, zu bewerten und auch zu versteuern. Das haben wir beim Elektrofahrzeug nicht und das kann sehr viel Geld sparen. Was auch ein Vorteil vom Elektrofahrzeug ist, ist, dass wir keine motorbezogene Versicherungssteuer drauf haben. Also auch hier sind die laufenden Kosten niedriger und es zeigt sich tendenziell auch geringere Erwartungskosten, zumindest am Anfang der Lebensdauer eines Elektrofahrzeuges. Vielen Dank. Also macht Sinn, sich darüber Gedanken zu machen. Definitiv. Nicht nur der Umwelt zuliebe, sondern auch für das eigene Börserl. Vielen Dank. Kleinunternehmerpauschalierung prüfen. Das ist von der nächsten Folie die Überschrift. Was ist denn damit gemeint, beziehungsweise was würden Sie uns da nahelegen wollen? Ja, also da geht es um das Thema, wie ermittle ich meinen Gewinn? Wie kann ich meine Steuerlast wirklich senken? Wie kann ich das so handhaben, dass ich nicht zu viel Steuern zahle? Das ist eine Neuerung, die gibt es seit 2020. Ich kann ja meinen Gewinn durch eine Einnahmenausgabenrechnung ermitteln, dass ich einfach wirklich meine echten Einnahmen, meine echten Ausgaben gegenüberstelle und so einen Gewinn feststelle. Bei der Kleinunternehmerpauschalierung ist es so, dass besonders kleine Unternehmen mit einem Jahresumsatz von 35.000 Euro ohne Umsatzsteuer seit 2020 die Möglichkeit haben, Betriebsausgaben auch pauschal einfach abzusetzen. Im Normalfall mit 45 Prozent und dann gibt es eine Liste, eine Verordnung, die habe ich auch mitgebracht, mit verschiedensten Dienstleistungsunternehmen, die dürfen dann nur 20 Prozent vom Nettoumsatz in Abzug bringen. Bitte nur darauf achten, da hat sich 2020 auf 2021 auch etwas geändert. Details findet man da sehr gut auf der Seite der Wirtschaftskammer dazu. Wunderbar, vielen Dank, Herr Magister Sikora. Ich habe gerade gehört, wir haben schon ganz viele Fragen, aber wir kommen eh gleich dazu. Zwei Themen wollen wir uns natürlich noch anschauen. Ich habe da auch schon an den Fragen gesehen, dass da eine in diese Richtung geht, aber wenn wir jetzt, Sie haben es vorher gesagt, auch mit im Internet privat UID-Nummer einkaufen, nicht vermischen mit beruflichem und privatem. Wie schaut es denn da mit Privateinlagen aus? Wie gehe ich denn damit um? Ja, also ganz viele Unternehmerinnen und Unternehmen besitzen ja schon Vermögensgegenstände, also das heißt, man hat meistens vor Gründung schon ein Handy, man hat vielleicht auch schon ein Auto, einen Laptop, vielleicht auch schon Möbelstücke. Das ist schade, wenn man das nicht steuerlich geltend macht, weil da sieht der Gesetzgeber vor. Durch eine ganz einfache Buchung in Ihrer Buchhaltung können Sie die privat genutzten Gegenstände in Ihren Betrieb einlegen. Und wie mache ich das? Ich schreibe mir eine Liste mit dem Zeitwert, den der Vermögensgegenstand jetzt als gebrauchter Gegenstand hat und lege das in mein Unternehmen ein. Und dann kann ich das ohne einen Cent auszugeben, weil ich habe das Geld ja schon ausgegeben, privat, von meiner Steuer absetzen. Und das ist etwas, was man auf gar keinen Fall verschenken sollte. Bitte machen Sie daraus auch keine Doktorarbeit. Das heißt, schreiben Sie einfach eine Liste, wo halt eine genaue Bezeichnung von dem Gegenstand ist und dann schätzen Sie es ungefähr hin, was der gebrauchtwert ist. Wenn man sich unwohl fühlt, dann schaut man halt auf Vergleichsportale. Wunderbar. Gibt es da auch irgendwelche Grenzen von der Höhe her, was man privat als Einlage in die Firma mit reinnehmen darf? Oder geht es genauso auch wieder mit den Abschreibungen auf die Jahre? Also wenn es betrieblich genutzt wird, dann geht das genauso und da gelten die gleichen Bestimmungen. Okay. Wunderbar. Vielen Dank. Jetzt steht ja Weihnachten schon bald vor der Tür. Also es klingelt schon so immer wieder. Wie schaut es denn da mit Weihnachtsgeschenken aus? Wie gehe ich denn damit um? Ja, die Weihnachtsgeschenke, das ist auch im Steuerrecht immer so etwas, was jedes Jahr für ein großes Frageaufkommen sorgt. Weihnachtsgeschenke an Arbeitnehmer, an Dienstnehmerinnen sind bis zu 186 Euro jährlich, lohn- und sozialversicherungsfrei. Man sollte nur darauf achten, dass wenn man, man darf nicht Geld schenken, das sollten halt irgendwelche Gutscheine sein, die nicht in Bar ablösbar sind oder ansonsten halt klassische Geschenke, da habe ich keine Einschränkungen. Für die Weihnachtsfeier, hoffentlich kann man heuer feiern, sind bis zu 365 Euro pro Arbeitnehmerin, lohn- und sozialversicherungsfrei. Da fallen aber eigentlich alle Feiern, die ich in dem Jahr gemacht habe, drunter. Und dann gibt es noch die dritte Kategorie, das sind die Weihnachtsgeschenke an die Kunden und an die Geschäftspartner und da kommt dann immer das große Aha-Erlebnis, die sind nämlich steuerlich eigentlich gar nicht absetzbar. Die sind nämlich nur dann absetzbar, wenn sie Werbewirkungen entfalten. Das heißt, ich sollte darauf achten, dass die gebrandet sind, dass ich, wenn ich eine Weinflasche verschenke, vielleicht ein Etikett von mir auch draufklebe. Also nicht ein Etikett, das jetzt das Winzeretikett überklebt, sondern halt ein Sticker, der halt auch für mich Werbewirkungen entfaltet, ein Vorsteuerabzug ist auch nur sehr eingeschränkt möglich, nämlich bis zu einem Warenwert von 40 Euro. Okay, also das kann man natürlich nutzen und sollte man aber auch aufpassen, dass man da dann nicht zu sehr vermischt, beziehungsweise zu viel Privates oder Geschenke diese Grenzen überschreitet. Ja, das ist auch so etwas, wo die Finanzverwaltung genau hinschaut. Ja, gut, kennen wir doch schon auch aus den Medien immer wieder. Vielen Dank, Herr Magister Sikora, mal für diese wirklich knackigen Informationen, ganz gut, sich da zu informieren. Auch hier sehen wir bei den Weihnachtsgeschenken einen Link, den Sie uns mitgebracht haben. Also falls das wirklich Thema ist, kann man dann noch einmal in die Tiefe gehen über diesen Link, der im Chatfenster für Sie bereitsteht. Und damit komme ich auch schon zu unserem Chatfenster. Wir haben schon ganz, ganz viele Fragen hereinbekommen. Die wollen wir natürlich jetzt gerne übernehmen und beantworten, so gut es geht. Vielleicht bevor wir in die Fragen unserer Zuseherinnen und Zuseher kommen oder zu den Fragen kommen. Covid-Hilfen, auch noch eine Steuerthematik. Wie weit kann ich denn Covid-Hilfen auch steuerlich berücksichtigen in meiner Bilanz, in meiner Buchhaltung? Also wir haben zwei Kategorien an Covid-Hilfen. Wir haben die steuerfreien Covid-Hilfen und die steuerpflichtigen Covid-Hilfen. Vertefallfonds, steuerfrei. Fixkostenzuschuss, steuerfrei. Ich muss aber darauf achten, dass er Betriebsausgaben unter Umständen kürzt. Kurzarbeit genauso kürzt meinen Personalaufwand. Beim Ausfallsbonus und beim Lockdown-Umsatzersatz, da muss ich aufpassen, das sind Umsatzeinkommensteuerpflichtige Covid-Hilfen gewesen. Das heißt, die habe ich auch als Einnahme zu erfassen. Und das Gemeine ist, ich muss darauf achten, beim Einnahmen-Ausgabenrechner gehe ich ja nach Zufluss-Abfluss-Prinzip vor. Also wann habe ich das Geld bekommen? Bei diesen Hilfen muss ich aber darauf achten, für welches Jahr habe ich sie bekommen. Und wenn Sie jetzt den Lockdown-Umsatzersatz November 2020 bekommen haben, im Jahr 2021, dann könnte man versuchen geraten und das 2021 in die Steuererklärung geben. Gehört aber bitte ins Jahr 2020. Okay, das muss man beachten. Gut, vielen Dank. Ich würde einfach sagen, wir gehen die Fragen von oben nach unten durch. Nämlich interessant, da ist schon eine gekommen, eine Minute, also noch in unserer Intro. Wir haben, glaube ich, die Frage schon beantwortet, aber lassen Sie uns einmal ganz einfach beginnen, nämlich zum Thema Weihnachtsgeschenke. Kann man Kunden als Weihnachtsgeschenk Wertgutscheine von Geschäften schenken und welcher Betrag ist pro Kunde erlaubt? Das haben wir gerade an der Folie gesehen, aber vielleicht noch einmal zur Ergänzung und zur Erinnerung. Also Wertgutscheine für Kunden können Sie immer schenken, Sie dürfen es dann halt nicht von der Steuer absetzen. Das ist halt das Problem, das Sie haben. Wertgutscheine für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das funktioniert. Mit diesen 186 Euro pro Jahr pro Mitarbeiter begrenzt. Vielen Dank. Zum Thema Kleinunternehmerregelung, dieser Herausfall, da geht es um die Frage, wann muss ich denn diese Meldung abgeben? Juni nächstes Jahr oder früher? Also wo sind denn da die Fristen? Also man sollte eigentlich in dem Moment, wo man entdeckt, dass man es überschreitet, sofort melden, weil man ja eigentlich schon umsatzsteuerpflichtig ist. Und das ist ja leider rückwirkend. Daher muss ich sowieso alles in Gang setzen in dem Moment, wo ich merke, das geht sich nicht mehr aus. Bei den Leuten, wo ich weiß, das könnte knapp werden, rate ich immer schon von Anfang an mit Umsatzsteuer zu arbeiten. Ich finde es auch als psychologisches Element nicht so gut, wenn es eh schon knapp ist, die Kleinunternehmergrenze beizubehalten, weil ich mich natürlich in meinem unternehmerischen Handeln sehr limitiere. Dann beginnen die Leute mit Versuchen, das ins nächste Jahr zu ziehen. Und eigentlich ist ja unternehmerisches Handeln davon geprägt, dass man versucht, möglichst zu wachsen. Okay, wunderbar. Wie ist Ihre Meinung zum Bauherrenmodell? Bauherrenmodelle können attraktiv sein, nur kommt es darauf an, dass man auch wirklich sich von Experten beraten lässt. Das Problem beim Bauherrenmodell ist mittlerweile, dass sehr viele Bauherrenmodelle der Vergangenheit dann doch nicht aufgegangen sind, die Investoren dann nicht diesen Verlustausgleich nutzen konnten, weil um den geht es letztendlich. Also das heißt, ich investiere in eine Immobilie, die saniert werden muss und kann da beschleunigt abschreiben. Normalerweise schreibe ich ein Gebäude auf 40 oder 67 Jahre ab. Hier kann ich auf 15 Jahre abschreiben und da entstehen Anfangsverluste. Und wenn ich diese Anfangsverluste gegenverrechnen kann mit anderen Einnahmen, kann das steuerlich positive Effekte haben, weil ich weniger Steuern zahle. Aber die guten Modelle sind mittlerweile sehr begrenzt. Vor allem funktionieren die richtig guten Bauherrenmodelle nur noch mit Förderungen der öffentlichen Hand. Da muss man im richtigen Bundesland investieren. Okay, vielen Dank für den Tipp. Genau, eine Frage zum Thema, warum zahlt man doppelt, wenn man die SVS-Beiträge nicht vorauszahlt? Vielleicht da noch eine Erklärung dazu. Ja, gerne. Ich habe jetzt nicht davon gesprochen, was man vorauszahlt, sondern das, was vorgeschrieben wurde. Sie erhalten am Jahresanfang von der SVS eine Vorschreibung. Und diese Vorschreibung beinhaltet eine Vorschau, was Sie das ganze Jahr viermal zu leisten haben. Wenn Sie jetzt diese Beiträge nicht einzahlen und Sie auch bei der SVS nicht melden, dann passiert Folgendes. Es kommt der Einkommensteuerbescheid. In dem steht beim Einnahmenausgabenrechner jetzt ein Gewinn von 40.000 Euro drin. Und die SVS geht aber davon aus, dass in diesen 40.000 Euro ja auch sie selber drinnen steckt als Betriebsausgabe. Daher addiert sie das Vorgeschriebene noch einmal dazu und von dem bemisst sie die endgültige Beitragsgrundlage. Und wenn ich jetzt das, was mir vorgeschrieben wurde, nicht leiste, habe ich einfach automatisch einen Rechenfehler im System. Die Frage ist aber natürlich auch schon dahingehend, ich zahle jetzt nicht zu viel, sondern es wird danach berechnet und dann habe ich mitunter ein Guthaben, wenn es so wäre. Ich zahle im ersten Jahr zu viel. Dann, wenn ich einen Beitrag danach zahle, dann ist es wieder saniert, das Ganze. Aber in einem ersten Schritt zahle ich definitiv zu viel. Und ich habe sehr viele Insolvenzen schon erlebt, die deswegen entstanden sind, weil man halt eine zu hohe Beitragsvorschreibung nicht rechtzeitig herabgesetzt hat und dann auf einmal nicht das Kapital hatte, um das zu bedienen. Gut, vielen Dank. Zum Thema Gewinnfreibetrag. Die Frage wäre, der Gewinnfreibetrag betrifft dann aber nur Unternehmen, die nicht der kleinen Unternehmerregelung unterlegen sind, oder? Ja, sehr gute Frage. Bei der kleinen Unternehmer, also wir müssen unterscheiden, wir haben ja heute zweimal Kleinunternehmer gehört. Ja. Kleinunternehmer im Sinne des Umsatzsteuerrechts, die haben genauso die Möglichkeit, den Gewinnfreibetrag zu nutzen. Allerdings bis zu 30.000 Euro kriegen sie ja eh geschenkt, das heißt, die müssen im Normalfall nicht viel tun. Vielleicht für 5.000 Euro, die sie drüber sind, aber das wäre dann auch nur ein Unternehmen, das ja eigentlich nur Einnahmen hat und keine Ausgaben. Und bei der Kleinunternehmerpauschalierung, das ist jetzt die einkommensteuerrechtliche Seite, da ist es so, dass ich den Grundfreibetrag auch noch absetzen kann und die Sozialversicherungsbeiträge. Das habe ich vorhin bei der Folie nicht dazu gesagt. Genau. Vielen Dank. Laptop-PC, das Thema. Unter 800 Euro ist Gewinnfreibetrag oder nicht? Also wenn ich ein geringwertiges Wirtschaftsgut aktiviere und freiwillig auf vier Jahre abschreibe, dann geht das auch. Okay, also 800 Euro ist momentan die Grenze, oder? Ja, werden wir dann sehen. Genau. Wunderbar, vielen Dank. Gebrauchte Produkte können nicht als Investment gekauft werden? Secondhand, Kopiergeräte, PCs und so weiter. Wie geht es denn damit? Sie dürfen das von der Einkommensteuer absetzen, wenn Sie ein gebrauchtes Produkt kaufen, aber Sie dürfen es nicht für den investitionsbedingten Gewinnfreibetrag verwenden. Also das heißt, wenn Sie nochmal zusätzlich Steuersparen möchten und eben einen Gewinn über 30.000 Euro haben, dann müssen Sie für den Überhang in Ihr Unternehmen investieren. Und da wäre es notwendig, einen neuen Gegenstand zu erwerben. Okay. Den SV-Betrag für das letzte Quartal ist schon bezahlt. Kann ich trotzdem noch eine eventuelle Nachzahlung dieses Jahr noch an die SVS zahlen? Sehr gute Frage. Ja, dürfen Sie. Die SVS verbucht das dann zwar nicht auf Ihrem Konto, also Sie weisen dann ein Guthaben aus, das lassen Sie dann aber bitte stehen. Lassen Sie das auch nicht rücküberweisen, weil dann funktioniert das steuerlich nicht im nächsten Jahr, sondern Sie lassen es einfach stehen und zahlen auch laufend bitte Ihre Beiträge weiterhin ein. Also man darf dann nicht das Guthaben im nächsten Jahr verwenden für das Abbuchen der laufenden Beiträge. Aber dann funktioniert es. Wunderbar. Noch eine Frage zur Umsatzsteuer. Kleinunternehmerregelung wahrscheinlich im Zuge. Ist es sinnvoll, sich von der Umsatzsteuer befreien zu lassen oder sollte man sie von Beginn an einbezahlen? Sie haben das vorher schon ein bisschen erwähnt, dass es mitunter sogar Vorteile hat, wenn man schon die Umsatzsteuer mitverrechnet beim Kunden zum Beispiel. Also es kommt ganz darauf an, man schaut sich eigentlich den Kunden an. Das hat etwas damit zu tun, dass ich mir einfach überlegen muss, wer sind meine Kunden? Sind meine Kunden Privatpersonen? Dann haben die ja 20% mehr Belastung drauf. Und wenn der bereit ist, 50 Euro zu zahlen, dann ist dem egal, ob der Umsatzsteuer drinnen steckt oder nicht drinnen steckt. Wenn Sie jetzt 20% dazurechnen und Sie verrechnen jetzt 60 Euro, könnte er vielleicht sagen, ist mir zu teuer. Das heißt, bei Privaten ist es nicht schlecht. Ich nehme jetzt hier als Beispiele Kosmetiker, Kosmetikerinnen, Friseure. Da kann es ein Thema sein, weil ich einfach eine höhere Maßsch habe, wenn ich ohne Umsatzsteuer arbeite. Bei all jenen, die an andere Unternehmer leisten, da ist es eigentlich gut, mit Umsatzsteuer von Anfang an zu arbeiten, weil der andere hat kein Problem damit. Für den ist es ein Durchlaufposten, der holt sich das Geld wieder vom Finanzamt. Und vielleicht noch ein abschließender Gedanke dazu. Kleinunternehmer, also jene, die keine Umsatzsteuer in Rechnung stellen, haben oft Probleme, ein Mietobjekt zu finden, weil der Vermieter, der in sein Mietgebäude investiert hat, verliert das Recht auf seinen Vorsteuerabzug, wenn er an jemanden vermietet, der keine Umsatzsteuer in Rechnung stellt. Das heißt, es ist oft ein Hindernis dann für jene, die halt ein Mietlokal haben möchten. Da muss man sehr gut nachfragen, ob das eh in Ordnung ist, dass man Kleinunternehmer ist. Vielen Dank für den Tipp. Das ist natürlich auch sehr wichtig und interessant zu wissen. Wie wird aufgeteilt, wenn man zum Teil umsatzsteuerbefreite Einnahmen hat? Ich gehe mal davon aus, dass das eben auch über europäische OED-Nummern und so in diese Richtung geht. Also ich glaube, was da gemeint ist, dass man verschiedenste Einnahmen hat. Das heißt, nehmen wir jetzt zum Beispiel her die Ärztin, die steuerbefreit ist, Kraftgesetz und zusätzlich eine Vermietung hat. Die hat dann, darf man diese Einkünfte rausschälen. Das heißt, die Ärzte, die Einnahmen aus der Ordination spielen dann nicht mit bei der Ermittlung der Grenze der Kleinunternehmerregelung. Da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Befreiungen. Details dazu würde ich aber auch Ihnen empfehlen. Schauen Sie auf den Link, den ich Ihnen reingepostet habe. Da ist das ganz gut aufgesplittet. Ansonsten können Sie mir auch gerne dann im Anschluss zu Ihrer Frage eine Mail schicken und ich schaue mir das im Detail an. Vielen Dank. Das sind noch während unseres Gesprächs anscheinend ein bisschen Unstimmigkeiten gewesen zur Frage, nämlich mit den 42.000 Euro. Sie haben es zwar schon erklärt, aber vielleicht können wir das noch einmal mit reinnehmen. Das heißt, auch wenn ich brutto und netto Kleinunternehmer bin, kann ich bis zu 42.000 Euro Umsatz machen. Das kommt nämlich von drei verschiedenen Personen, diese Frage. Wenn Sie einen 20-prozentigen Umsatzsteuersatz im Normalfall in Rechnung stellen müssten, ja, wie können Sie das verproben? Geben Sie einen in den Taschenrechner, 35.000 Euro mal 1,2, also damit Sie 120 Prozent haben, das wäre 42.000. Im Umkehrschluss, wenn ich 42.000 Euro vereinnahmt habe und ans Finanzamt die Differenz abführen müsste, also die Umsatzsteuer, dann würde ich wieder bei netto 35.000 Euro landen. Und deswegen ist es wirklich so, Sie dürfen als Kleinunternehmer 42.000 Euro vereinnahmen. Vielen Dank. Wenn das Lieferdatum bei einer Dienstleistung über längeren Zeitraum anzugeben ist, was ist da genau zu beachten? Das kommt auf die Dienstleistung an, aber an und für sich steht in den Umsatzsteuerrichtlinien auch darin, dass der leistende Unternehmer es in der Hand hat, sein Leistungsdatum zu bestimmen. Das heißt, wenn ich jetzt als Steuerberater zum Beispiel im Jänner mit einem Jahresabschluss beginne und der zieht sich aber, weil es halt viele komplexe Fragen gibt, bis in den August, dann ist mein Leistungsdatum wirklich Jänner bis August. Und erst dann ist die Leistung fertig und wird dann den Kunden übergeben. Und da ist dann halt binnen eines Monats die Rechnung zu stellen. Vielen Dank. Auch eine interessante Frage betrifft wahrscheinlich viele. Was ist mit Online-Händlern, die die UID-Nummer nicht hinterlegen und trotzdem trotz Nachfrage nur eine Rechnung mit Steuer ausstellen? Ja, da ist halt dann immer die Frage, wie können Sie überhaupt feststellen, ob jetzt diese ausgewiesene Umsatzsteuer eine falsche Umsatzsteuer ist. Gerade beim Online-Handel wissen Sie ja nicht, wo denn das Lager des Händlers sich befindet. Also wenn Sie jetzt bei, ich sage jetzt einfach mal Amazon bestellen und dort bei einem österreichischen Lager die Ware bekommen, passiert ja nichts, weil ich habe keinen Grenzübertritt gehabt und damit bin ich auch vorsteuerabzugsberechtigt. Schlimm ist es, wenn die Ware eben im EU-Ausland liegt, weil dann erkennt der das nicht, wendet daher eine ganz andere Regelung im Umsatzsteuerrecht an und stellt Ihnen unter Umständen nämlich die heimische, für inheimische Umsatzsteuerrechte. Das heißt, Sie haben dann deutsche Umsatzsteuer drauf und würden dann hier die deutsche Umsatzsteuer auch bezahlen, kriegen die aber vom österreichischen Staat nicht retour und in Deutschland kriegen sie das auch nicht retour. Wenn die den Fall dann prüfen, sagen die einfach, Sie haben ja eine OID-Nummer, hätten Sie bekannt geben müssen. Also das heißt, man verliert wirklich, man muss letztendlich den Lieferanten dazu zwingen, die Rechnung zu ändern. Und da hat man auch einen Rechtsanspruch drauf. Okay, gut zu wissen. Auch eine Frage, die wahrscheinlich viele betreffen wird. Einzelunternehmer sind ja oft in verschiedenen Bereichen tätig. Wenn ich ein Einzelunternehmer mit zwei Gewerbeberechtigungen bin, wie sieht denn die fortlaufende Rechnungsnummer aus? Benötigt da dann zwingend immer zwei Rechnungskreise, obwohl es dasselbe Unternehmen ist? Also leicht zu beantworten, Sie brauchen nicht zwei Rechnungskreise. Wenn es ein Betrieb ist mit zwei Gewerbescheinen, dann dürfen Sie alle Ihre Leistungen unter einem Rechnungskreis faktorieren. Vielen Dank. Klimaticket, nächste Frage. Wenn ich ein EPU bin, kann ich das Klimaticket komplett absetzen? So wie bei allen Gegenständen und auch Ausgaben, muss ich mir anschauen, wie viel habe ich private Nutzung, wie viel habe ich betriebliche Nutzung. Und dann darf ich natürlich anhand eines Aufteilungsverhältnisses diese Kosten auch in Abzug bringen. Das ist eine Frage der Beweiswürdigung, wie ich das halt nutze. Wenn es da Aufzeichnungen gibt, dann freut sich das Steuerrechtler darüber. Im Normalfall wird es wahrscheinlich geschätzt werden und man wird halt einen Privatanteil ausscheiden. Pauschalierungsmöglichkeiten. Wie schaut es denn da aus? Gilt die Pauschalierungsmöglichkeit auch für Vermietung? Für Vermietung und Verpachtung geht das leider nicht. Diese Kleinunternehmerpauschalierung ist im Vermietungsbereich nicht angedacht. Sie können das dort leider nicht nutzen. Nein. Es geht um die Privateinlagen. Die Frage wäre, brauche ich denn bei Privateinlagen, Laptop etc. noch die Quittungen? Nein, das ist das Schöne. Ich muss nur nachweisen können, dass es mein Gegenstand ist. Im Zweifelsfall muss die Finanzhalter dann nachschauen, ob es den auch tatsächlich gibt. Aber Quittungen aufheben ist sowieso immer ganz gut grundsätzlich. Also da rennen sich bei mir offene Türen ein. Belege sind für einen Steuerberater, für eine Steuerberaterin etwas ganz Wichtiges oder auch für Bilanzbuchhalter, weil es einfach darum geht, dass man ja keine Buchung ohne Beleg vornehmen darf. Und wenn man jetzt einen Beleg verliert, dann sollte man zumindest einen Eigenbeleg haben. Eigenbeleg ist nur immer das Problem, kein Vorsteuerabzug möglich. Wie mache ich einen Eigenbeleg, um da vielleicht noch darauf einzugehen? Ja, also ein Eigenbeleg ist eigentlich nicht sonderlich kompliziert. Ich versuche halt das zu rekonstruieren, was halt der wahre Geschäftsvorfall war. Ich schreibe meinen Lieferanten drauf, ich schreibe mich als Empfänger drauf, ich schreibe das Lieferdatum drauf. Vielleicht kann ich auch noch nachvollziehen, wann die Rechnung gestellt wurde. Also ich schreibe einfach drauf, dass ich das selber geschrieben habe und versuche halt möglichst viele Rechnungsmerkmale da unterzubringen. Okay, also ganz einfach nur eben schriftlich festhalten. Ja, definitiv. Wie verhalten sich Betriebsausflüge? Ach, eine interessante Frage, gerade in Zeiten wie diesen. Aber wie geht man mit dem um? Also die Betriebsausflüge selber sind jetzt einmal unproblematisch, weil sie das mit diesen 365 Euro für die Weihnachtsfeiern auch mit den Betriebsausflügen unterbringen. Es kommt halt darauf an, was dieser Betriebsausflug für eine Funktion hat. Also mache ich wirklich nur Entertainment oder mache ich halt auch Teambuilding oder mit einem Trainer gemeinsam etwas. Je nachdem, ist es gedeckelt mit 365 Euro oder es ist sogar frei. Und die 365 Euro betone ich auch nochmal pro Mitarbeiter pro Jahr. Vielen Dank. So viele Fragen. Wir müssen, wir sind schon, eine Viertelstunde haben wir noch, aber wir werden einfach weitermachen. Was ist zu beachten, wenn ein Elektroauto auf acht Jahre degressiv abgeschrieben wird, aber nach zum Beispiel vier Jahren das Fahrzeug verkauft wird? Naja, da ist es eigentlich sehr leicht zu beantworten. Sie stellen immer den Buchwert, das ist also der Wert nach der Abschreibung, dem Veräußerungserlös gegenüber. Und die Differenz ist halt einkommensteuerpflichtig. Und wenn Sie ein Elektrofahrzeug mit Vorsteuerabzug genutzt haben, dann verkaufen Sie das Fahrzeug auch mit Umsatzsteuer. Einfache Antwort wahrscheinlich, pro Geschenk sind es 40 Euro, ist das richtig? Also es geht um die... Kundengeschenke. Genau. Ja, bei Kundengeschenken bis zu einem Wert von 40 Euro ist ein Vorsteuerabzug möglich. Die nächste Frage, falls ich ab nächstem Jahr eine UID-Nummer beantrage und somit aus der Kleinunternehmerregelung aussteige, darf ich dann im heurigen Jahr die Überschreitung von 35.000 Euro mit diesen 15% noch vollziehen? Ja, das ist möglich. Ich möchte nur noch dazu ergänzen, nur weil ich eine UID-Nummer beantrage, heißt das noch nicht, dass ich auf die Kleinunternehmerregelung verzichten muss. Also es kann nämlich auch sein, dass ich einfach sage, ich möchte mich innerhalb der Europäischen Union wie ein umsatzsteuerpflichtiger Unternehmer verhalten, aber im Inland, in Österreich, möchte ich Kleinunternehmer sein. Kann die Pauschalierung einmalig in Anspruch genommen werden oder muss diese in den darauffolgenden Jahren ebenfalls angewandt werden? Nein, muss nicht. Ist ein Elektroauto auch für den Gewinnfreibetrag ansetzbar oder absetzbar? Nein, leider. Okay. Kann bei einer 24-Stunden-Betreuerin ebenfalls das Betriebsausgabenpauschale in Höhe von 20% angewendet werden? SV-Beträge zusätzlich? Da wird es jetzt schon ein bisschen komplexer, ja? Ja, so komplex ist es gar nicht. Wenn die Dame oder der Herr das selbstständig ausübt, also kein Dienstverhältnis hat, dann wäre das einmal, glaube ich, denkbar. Ich muss nur schauen, es gibt nämlich auch gewisse Ausnahmen. Ich schaue es mir jetzt noch schnell im Text an, ob ich das auf die Schnelle finde. Nein, ich befürchte, das habe ich jetzt nicht bei der Hand. Da schaue ich Ihnen aber nach, da gebe ich Ihnen Bescheid. Wenn Sie so nett sind und mir einfach ein E-Mail dann schreiben, dann kriegen Sie heute noch eine Antwort. Vielen Dank. Ah, okay, da werden wir vielleicht dann, ich lese die Frage trotzdem gerne vor, vielleicht wollen Sie es auch gerne vorgreifen, aber die sofortige Absetzbarkeit von 800 Euro bzw. 960 habe ich leider nicht kapiert, nicht verstanden. Ja, also geringwertige Wirtschaftsgüter, das sind Wirtschaftsgüter, die 800 Euro kosten, die darf ich von der Steuer in einem Jahr sofort abziehen, in dem Jahr, in dem ich sie bezahlt habe. Alles, was teurer ist als diese 800 Euro, das muss ich auf mehrere Jahre verteilt absetzen. Wir reden da wirklich nur von Gegenständen, die nicht Handelsware sind, sondern die in Ihrem Unternehmen verbleiben, also die Sie in Ihrem Alltag nutzen. Da möchte man einfach vermeiden, dass Sie immer vor Jahresende irgendwo was um 20.000, 30.000 Euro kaufen und damit Ihren Gewinnschön senken. Man sagt einfach, nein, solche Investitionen sind ja nicht für das heutige Jahr gedacht, sondern die sind ja auch für mehrere Jahre letztendlich angeschafft worden. Vielen Dank. Ich habe zu meinem EPU zusätzlich Einnahmen aus der Vermietung einer Wohnung. Ich bin umsatzsteuerpflichtig, muss ich die Mieteinnahmen auch verusten, sozusagen? Ja, das ist richtig. Also wenn Sie in Summe Mieteinnahmen plus EPU über die 35.000 Euro, Klammer auf, 42.000 Euro unter Umständen kommen, dann müssen Sie das verusten. Bei Mietwohnungen zu Wohnzwecken ist die Umsatzsteuer allerdings nur 10%. Und deswegen habe ich auch gesagt, eventuell 42.000 Euro, weil das stimmt dann nicht mehr mathematisch. Da muss ich dann schon schauen, wie viel ist 10% und wie viel ist 20%. Das kann man sich dann ausrechnen. Dankeschön. Ich bin Bruttorechner und überschreite 2021 die möglichen 15%. Wie hoch in Euro ist die 20%ige Kleinunternehmerpauschale? Rechne ich das von netto 8.400 oder brutto 9.600? Nochmal bitte die Frage. Ich bin Bruttorechner und überschreite 2021 die möglichen 15%. Ja. Wie hoch in Euro ist die 20%ige Kleinunternehmerpauschale? Rechne ich das von den 8.000, also netto 8.400 oder brutto 9.600 Euro? Also Sie müssen aufpassen, wenn Sie über die Kleinunternehmergrenze kommen, dann funktioniert auch die Kleinunternehmerpauschale nicht mehr. Weil das ist, da gab es eine Gesetzesänderung von 2020 auf 2021. 2022 hat man gesagt, man schaltet das gleich mit der Kleinunternehmerbefreiung. Das heißt, all jene, die gedanklich in die Kleinunternehmerbefreiung fallen könnten, auch wenn sie freiwillig mit Umsatzsteuer arbeiten, die sind berechtigt, die Kleinunternehmerpauschalierung in der Einkommensteuer geltend zu machen. All jene, die drüber sind, haben hier keine Möglichkeit. Nur wenn ich diese einmaligen 15% überschreite, dann habe ich die Möglichkeit, das eben so zu nutzen. Allerdings gibt es hier eine Deckelung und diese Deckelung bemisst sich dann, warten Sie, ich suche es Ihnen raus, also bei der 45%igen sind es 18.500 Euro Deckel und bei der 20%igen sind es die 8.400. Also das heißt, auch wenn Sie mit den 15% jetzt noch in der Kleinunternehmerbefreiung drinnen sind, kriegen Sie trotzdem maximal die 8.400 und nicht von den 15% auch noch was geschenkt. Vielen Dank. Handelsvertreterpauschale, kann ich hier jährlich switchen, zum Beispiel 2020 nutzen und 2021 nicht und 2022 wieder? Das habe ich jetzt leider nicht vorbereitet, das müsste ich Ihnen nachschauen. Okay, aber das kann man ja nachreichen. Das ist kein Problem. Wenn eine PVA privat angeschafft wird, aber ein Büro betrieblich in dem Haus genutzt wird, wie wird das steuerlich behandelt, also Photovoltaik? Bei Photovoltaikanlagen muss man aufpassen, was ich denn für Photovoltaikanlage habe, ob ich direkt ein Speiser bin oder ob ich Eigennutzung habe. Da ist es vor allem eine Liebhabereiprüfung, die ich vorzunehmen habe, ob es sich überhaupt um eine Einkunftsquelle handelt. Da gibt es aber einen sehr ausführlichen Erlass zu Photovoltaikanlagen und da würde ich wirklich auf den Erlass verweisen, weil das kommt da sehr aufs Detail an. Da geht es nämlich auch darum, bin ich vorsteuerabzugsberechtigt oder nicht vorsteuerabzugsberechtigt? Ist das jetzt wirklich überhaupt ein Betriebsvermögen oder ist das kein Betriebsvermögen? Das muss man dann im Einzelfall prüfen. Vielen Dank. Ich würde noch gerne eine Frage reinnehmen. Wir haben noch acht Minuten und wir haben noch ein bisschen was vorbereitet, aber die Frage passt sehr gut als Überleitung. Und zwar sollte dieses Jahr noch ein größerer Lockdown kommen, bekommt man als Neuunternehmer Unterstützung, also Dienstleistungsunternehmen. Also es geht um ein Dienstleistungsunternehmen. Wir wissen noch nicht, was es für Covid-Förderungen geben wird. Die Sozialpartner versuchen natürlich alles Mögliche in Gang zu setzen, dass hier wieder Hilfe für die Unternehmerinnen und Unternehmer kommen wird. Das Einzige, was jetzt noch läuft, ist eigentlich der Verlustersatz. Den haben wir dann noch im November und Dezember. Ansonsten sind eigentlich die Covid-Hilfen ausgelaufen. Wir können sie zwar noch beantragen für vergangene Zeiträume, aber wir können sie jetzt nicht für diese neue mögliche Lockdown-Phase nutzen. Aber ich glaube, da wird hinter verschlossenen Türen gerade verhandelt. Mit Sicherheit. Genau, das weiß ich auch nicht. Ja, mit Sicherheit. Aber was Sie schon wissen, und da möchte ich jetzt gerne noch den Ausblick, den Sie uns versprochen haben, die Steuerreform 2022, möchte ich gerne Sie bitten, da uns ein bisschen einen Einblick zu geben. Sehr gerne. Also wir wagen den Ausblick ins nächste Jahr. Zurzeit befinden wir uns noch in einem Begutachtungsentwurf. Das heißt, wir wissen nicht genau, ob das jetzt wirklich so kommen wird. Also wir haben jetzt noch ein paar Tage und Wochen Zeit, um hier vielleicht Änderungen zu erleben. Aber was wird denn aller Voraussicht nachkommen? Wir werden eine Tarifsenkung bei der Einkommensteuer erleben. Wir haben in Österreich einen gestaffelten Einkommensteuertarif. Das heißt, die ersten 11.000 Euro sind steuerfrei. Dann die nächsten 7.000 Euro werden wir mit 20% besteuert. Und so geht das halt dahin. Und die zweite Tarifstufe, diese 35%, die wird im kommenden Jahr, in der Jahreshälfte, auf 30% gesenkt. Die Lohnverrechnerinnen und Lohnverrechner freuen sich da im Übrigen schon sehr drauf, weil die müssen das dann wieder rollen. Und auch die dritte Tarifstufe soll von 42% auf 40% gesenkt werden. Allerdings dann erst im Juli 2022. Ah, 23, verzeihen Sie. Eine weitere Neuerung ist die Gewinnbeteiligung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern am Unternehmen. Das ist eine Gewinnbeteiligung, das ist wirklich keine Kapitalbeteiligung. Das steht da auf meiner Folie vielleicht auch ein bisschen verwirrend drauf. Also wenn das Unternehmen im Vorjahr Gewinne erzielt hat, dann kann es seinen Mitarbeitern eine Prämie, steuerfrei und sozialversicherungsfrei, Auszahlung von 3.000 Euro. Das ist ab 01.01.2022 dann hoffentlich möglich. Allerdings muss ich dann auch gewisse Gruppen bilden für meine Mitarbeiter. Ich kann nicht sagen, der Frau Müller gebe ich es und den Herrn Neier nicht, wenn die genau das Gleiche tun. Also ich muss Gruppen bilden, damit das dann auch funktioniert. Was sind doch so Themenbereiche? Wir haben eine Erhöhung des Familienbonuses, der auf uns zukommt. Der ist ja jetzt mit 1.500 Euro pro Kind bis zum 18. Lebensjahr. Wird auf 2.000 Euro erhöht. Und für Kinder über dem 18. Lebensjahr, wenn die jetzt noch studieren oder eine Ausbildung haben, dann kriege ich einen reduzierten Betrag von 500. Der wird auf 650 Euro erhöht. Und die Erhöhung soll auch mit der nächsten Jahreshälfte dann kommen. Mit 1.07.2022 ist das dann geplant. Und auch der Kindermeerbetrag wird von 250 auf 450 Euro pro Kind und Jahr bis 2023 schrittweise erhöht. Und ein ganz interessantes Thema, finde ich, ist auch der Bereich der Sonderausgaben. Die schlechte Nachricht ist ja bei den Sonderausgaben für Lebensversicherungen, Unfallversicherungen, also alles personenbezogen ist, Wohnraumschaffung, Wohnraumsanierung. Das geht letztendlich 2020, kann ich das von der Steuer absetzen. Ab 2021 geht das nicht mehr. Jetzt hat man gesagt, naja, für 2022 wollen wir aber besonders energieschonende Maßnahmen, also Sanierungen fördern. Und da wird es das wieder geben, dass Ausgaben für thermische Sanierungen von Gebäuden und Ersatz fossiler Heizungssysteme durch klimafreundliche Heizungssysteme steuerlich begünstigt wird. Durch Sonderausgaben. Es wird auch eine Erhöhung des Gewinnfreibetrages geben, nämlich von 13% auf 15% für den Grundzockel, für die ersten 30.000 Euro, für die ich nichts tun muss. Da wird es mehr Geld geben, also das heißt, man bekommt dann statt 3.900 Euro 4.500 Euro Ausgabe geschenkt. Allerdings muss man hier auch dazu sagen, leider gilt das nur wirklich für den Sockel. Danach ändert sich da eigentlich nichts. Was auch in der Steuerreform zurzeit zu finden ist, ist ein Investitionsfreibetrag. Das ist dann etwas Losgelöstes vom Gewinnfreibetrag. Da muss ich mich auch entscheiden, was nutze ich von den beiden. Da kann ich dann bis zu 10%, maximal 15%, noch einmal zusätzlich steuerfrei generieren. Da muss man sich dann aber wirklich die Details noch anschauen, wie das kommen wird. Was wir auch haben, das ist ein sehr heiß diskutiertes und sehnlich gewünschtes Thema, immer ist dieses Abschreiben von Wirtschaftsgütern auf einmal. Diese Grenze wurde ursprünglich von 400 Euro auf 800 Euro schon einmal erhöht. Jetzt wird sie auf 1.000 Euro dann erhöht, ab nächstem Jahr. Das ist das Handy dann schon in einem Jahr abzuschreiben, wenn es ein teureres wird. Da geht es sich dann schon aus. Dann haben wir noch ein Spezialthema im Bereich der Kryptowährungen, also Bitcoin und Co. Hier ist es ja so gewesen, dass wenn Sie privat Kryptowährungen besitzen und die kaufen und länger als ein Jahr halten, Sie die im Normalfall ohne eine Steuerbelastung verkaufen konnten. Jetzt hat das Bundesministerium für Finanzen reagiert und gesagt, naja, so sehen wir das in Zukunft dann nicht mehr. Wir schauen in Zukunft darauf, ist das Wirtschaftsgut eine Kryptowährung, dann fällt das unter den Begriff des Kapitalvermögens und unterliegt in Zukunft 27,5% Sondersteuersatz. Da wird es auch bei inländischen Kryptobörsen einen Kästabzug geben. Also das heißt, da ist jetzt gerade viel in Bewegung. Mal schauen, ob das auch tatsächlich so kommt. Aber jedenfalls die Steuerfreiheit wird dann für die neu angeschafften Kryptowährungen in Zukunft nicht mehr gegeben sein. Dann noch für die GmbH-Besitzer unter Ihnen hier auch noch einmal vielleicht ein Hinweis. Die Körperschaftssteuer soll von derzeit 25% in zwei Schritten auf 24% bzw. dann 23% gesenkt werden. So steht es jetzt im Begrutachtungsentwurf. Mal schauen, wie das jetzt in den nächsten Tagen dann gehandhabt wird. Und wenn dann tatsächlich der Gesetzentwurf da ist, dann kann man wahrscheinlich dazu schon mehr Auskünfte geben. Jetzt ist es noch ein bisschen zu früh, ins Detail einzusteigen, weil jetzt ist gerade die Verhandlungsmasse in Bewegung. Das heißt, wir schauen einmal, was am Ende des Tages dabei herauskommen wird. Vielen Dank, Herr Mag. Sikora. Wenn wir jetzt von den Steuern sprechen, also wir haben jetzt schon einen Ausblick einmal in die Steuerreform 2022 gewagt, was einmal fix ist. Wenn ich jetzt da noch Bilanz ziehe und sage, okay, ein paar Ausgaben hätte ich noch, da würde ich noch gerne zum Abschluss, wir haben noch eine Minute, und ich glaube, das betrifft viele, die Frage mit in den Raum stellen, nämlich diese Vorauszahlung der SVS 2022, ob das auch möglich ist. Und vor allem die Frage ist immer, wie viel darf ich denn vorauszahlen? Also, dass es sinnvoll ist, wenn man noch zu viel Gewinn hat und sagt, man möchte es gerne mindern, macht es Sinn, was vorauszahlen? Aber wie viel darf denn das sein? Also, Sie dürfen nicht die SVS von 2022 vorauszahlen, sondern Sie dürfen nur die Nachzahlung 2021 vorauszahlen, und die haben Sie genau zu schätzen. Das heißt, Fantasiebeträge da einzusetzen und einfach mal 20.000 Euro lustig an die SVS zu überweisen, funktioniert nicht, sondern Sie müssen sich tatsächlich anschauen, ich mache eine Prognoserechnung, wie viel werde ich noch Einnahmen und Ausgaben bis Jahresende haben, und rechne mir dann meine potenzielle Nachzahlung aus. Dass das natürlich Schwankungsbreiten hat, ist klar, aber man sollte da schon zumindest den Rechengang belegen können, warum man diese Vorauszahlung für die Nachzahlung geleistet hat. Vielleicht noch kurz ein Wort zu den Vorauszahlungen, Sie können natürlich andere Sachen vorauszahlen. Sie können zum Beispiel, wenn der Vermieter nichts dagegen hat, die Miete fürs heurige und fürs kommende Jahr vorauszahlen. Das geht, so etwas kann man von der Steuer absetzen. Guter Tipp, vielen Dank. Dankeschön, Herr Mag. Sikora, dass Sie heute da waren. Wirklich ganz viele tolle Informationen, die man beachten kann, muss, sollte auch, damit man eben nicht unnötig Geld verschenkt an die Steuer. Es sind noch ganz viele Fragen gekommen, aber wir sehen uns nächste Woche wieder, nämlich am Donnerstag um 19 Uhr. Da haben Sie noch einmal die Möglichkeit, mit dabei zu sein, beziehungsweise vielleicht werden hier auch noch einige Fragen mitbehandelt, die wir jetzt im Zuge dieser einen Stunde nicht beantworten haben können. Einen Tipp noch zum Abschluss, ein Schlusswort an unsere Zuseherinnen und Zuseher von Ihnen. Ja, handeln Sie noch rechtzeitig, bitte vor dem 31.12. versuchen, alles zu optimieren, weil am 32.12. geht leider gar nichts mehr und den gibt es auch gar nicht. Vielen Dank für Ihren Besuch. Ihnen vielen Dank wieder für die rege Teilnahme, für die vielen Fragen. Und wie gesagt, nächste Woche am Donnerstag, 24. sehen wir uns, wenn Sie möchten, um 19 Uhr gerne wieder. Und natürlich sonst im nächsten Jahr. Bis dahin eine gute Zeit und bleiben Sie gesund.